Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dieses Video einschaltest. Wenn du solche Sachen schon öfters gesehen hast zum Thema liebevolles Lachen, ja, dann ist das quasi so eine Wiederholung. Aber ja, ich denke mal, liebevolles Lachen kann man gerne öfters wiederholen. Und für alle, die neu dabei sind, ja, es gibt ein paar kleine Steps vorher und so eine Besonderheit, die ich hier zeigen möchte, wie du besser in deine Meditation hineinkommen kannst. Meditation wird ja sehr breit heutzutage diskutiert und es hat auch ganz viele Ausformungen. Und man könnte so zwei Hauptdinge nennen, nämlich stille Meditation und mehr dynamische Meditation, wo man vielleicht Bewegung macht, wo man aber auch vielleicht zum Beispiel lacht oder andere Formen der Meditation. Und wir wollen heute zwei Dinge mischen, nämlich unser Lachen und dann besser in die stille Meditation zu kommen. Oder, wenn du magst, dann ins stille Lachen. Ja, ich weiß nicht, wie du gerade überhaupt drauf bist. Und deshalb, ja, immer meine erste Frage. Spür mal in dich rein und sag mal, okay, wie bist du drauf? Bist du, ja, eigentlich schon gut drauf und hast das Video angeklickt, weil du schon gut dabei bist? Oder du hast das Video angeklickt, weil du einfach ein bisschen Zuspruch brauchst, ein bisschen Freude von außen brauchst und sagst, pfff, im Moment, nee, eigentlich nicht. Und das ist wichtig, das ist ein wichtiger Schritt, weil nur, wenn du für dich genau klar hast, wo du gerade stehst, kannst du ja dann auch im Nachhinein für dich nochmal nachspüren, okay, hat mir das jetzt wirklich etwas gebracht oder nicht? Und natürlich kann es sein, dass du, ja, nach dem ersten Mal noch nicht so eine große Veränderung spüren kannst. Und ja, es ist eben halt wie mit allen Dingen, wenn wir sie mehrmals machen, wenn wir Wiederholungen machen, dann kann das schneller gehen mit der Veränderung. Ja, also, was machen wir als nächsten Schritt? Als nächsten Schritt, ja, wollen wir wirklich den Kontakt mit dem Herzen haben. Denn, ja, meine Form des Lach-Yogas oder Lachens, das ist die, dass ich erst einmal dafür sorge, dass das direkt von innen her kommt. Und es gibt die Methode, dass wir das von außen so tun, als ob. Ich finde es für mich einfach schöner, direkt mit der Herzensfreude anzufangen. Und ja, wenn du da gerade im Moment eben nicht so den Zugang zu hast, dann, ja, gibt es eben verschiedene Tricks. Und einer der Tricks ist der, dass wir dann einfach mal hineinspüren und sagen, okay, wofür bin ich denn eigentlich gerade wirklich dankbar? Oder könnte ich dankbar sein? Auch wenn ich es vielleicht jetzt gerade nicht bin, aber wofür könnte ich denn dankbar sein? Könnte ich dankbar sein dafür, dass ich ja eine Wohnung habe? Könnte ich dankbar dafür sein, dass ich vielleicht gar nicht so große Schmerzen vielleicht spüre im Moment? Könnte ich dankbar sein, dass ich eine gute Nacht hatte? Könnte ich dankbar sein dafür, dass ich ohne Probleme ein- und ausatmen kann? Was es auch immer bei dir ist. Nimm das, mach dir das nochmal bewusst. Ja, der Kopf darf auch dabei sein. Mach dir das bewusst, der hilft dir. Aha, ja, das stimmt. Hey, das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Es ist toll, dass ich überhaupt aufgewacht bin. Und es ist toll, dass mein Körper während der Nacht für mich gearbeitet hat. Und jetzt ja auch. Ohne Unterbrechung. Wow. Da erst mal klar haben, hey, mein Körper macht mehr als ich. Ich so, wenn ich denke, ich mache jetzt mal irgendwas, ja, dann ist das zeitlich doch immer arg begrenzt, oder? Und nochmal klar haben. Uiuiuiui. Da arbeiten die Teile in mir die ganze Zeit schon. Das ganze Leben lang. Ja, und dann kannst du vielleicht spüren, dass du im Herz angekommen wirst. Und dann, ja, kommt auch automatisch ein Lächeln auf deine Lippen. Und so starten wir dann in das liebevolle, lächelnde Lachen, dann, um dann, ich spinne schon mal weiter in die Zukunft, dann irgendwann entweder, hast du die Chance, entweder weiter zu lachen, aber ohne Ton, dass dich keiner hören kann, sondern nur im Kopf lachen. Die Freude lachend im Kopf hervorbringen. Oder du nimmst dieses Lachen dann, um dann zu sagen, okay, jetzt reicht es auch und jetzt gehe ich einmal einen Moment in Stille. Und wie gesagt, wenn das schwierig ist mit der Stille, dann nimm das Lachen wieder mit dazu ins Stille Lachen. Okay, ich hoffe, ich habe mich da genügend ordentlich ausgedrückt, sodass du das verstanden hast. Und dann lass uns doch gerne noch ein paar Minütchen da hineingehen. Natürlich mache ich es im Original ein wenig länger, aber hier mal jetzt ein, anderthalb, zwei Minuten Lachen, um dann in die Stille zu gehen, in die Meditation zu gehen. Okay, bist du bereit? Ahhhh. 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 Ahhhhh. Ahhhhhhh. Ha 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 ha. 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 Ha 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 ha. Ha ha. Vielen Dank. Ja, dann komm in deiner Zeit zurück. Ja, wenn du jetzt mal meine ganzen Erklärungen abziehst, dann siehst du, wie schnell, wenn du die Technik kennst, du dann wirklich eine Veränderung durchführen kannst und wie viel du durch diese kurze Zeit schon für dich bewirken kannst. Ja, ich freue mich über Rückmeldung, wie weit es dir gefallen hat, natürlich gerne auch über einen Daumen hoch und noch viel mehr, wenn du sogar sagst, ja, dieses Video ist teilswert, dann empfehle es doch gerne auch anderen Menschen. Und ja, wenn du Unterstützung haben möchtest, dann nimm mit mir Kontakt auf. Geh über meine Homepage mirakura.de. Da sind verschiedene E-Mails. Du könntest auch einfach info at mirakura.de anschreiben. Das geht dann auch an meine Haupt-E-Mail-Adresse. Ich sage vielen, vielen Dank und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Gute für dich. Bis dann.